Robert, wie bist du das da unten? Was machst du da? Die wird nicht so zusammen. Ich sag an! Mann, ich suche den Ring von meiner Frau. Komm hoch, der liegt im Wohnwagen. Huh, ja, aber was macht er denn? Was sollte das, Mann? Was hab ich dir getan? Wie kann man den Ring von seiner Frau verlieren? Du bist für mich das Letzte. Weißt du das eigentlich? Also hast du den gar nicht in deinem Wohnwagen? Warum lügst du mich eigentlich an? Ist doch lustig. Ach, findest du. Ja, ach komm, Mann. War doch nur Spaß. Komm hoch, mein Freund. Mit in der Fresse. Du suchst jetzt den Ring, mein Freund. Es tut so weh. Ach, heul nicht. Hey. Hä? Was ist da drüben los? Nichts für dich, Günther. Lass uns in Ruhe. Halt den Mund, ansonsten komm ich hier da rüber. Jetzt hier mit der Frau auf der Fresse und da klatscht er bei Richtig. Ach, weißt du. Lass mich in Ruhe. Den krall ich mir. Der kriegst du jetzt. Das glaub mal. Und weißt du was? Was denn? Danach such mal den Ring. Alles klar. So wie du sagst, Chef. Ich hab ihn mit. Bis zum nächsten Mal.